1939 gegründet hat sich die einstige Glasbläserei zum globalen Hightech-Unternehmen und Marktführer entwickelt. Das Familienunternehmen aus Flavil vertreibt Analyse- und Testgeräte für die Forschung in Pharma und Chemie und rüstet Labore mit Messgeräten für die Qualitätskontrolle von Lebens- und Futtermitteln oder für die Umweltanalytik aus. Darüber hinaus bietet Büchi seinen Kunden Beratung, Service, Weiterbildung und Applikationsunterstützung. Das KMU beschäftigt rund 800 Mitarbeitende, ist in über 100 Ländern präsent und weist einen Exportanteil von 97 Prozent auf. In den internationalen Schlüsselmärkten ist Büchi mit 20 Tochterfirmen präsent. In anderen Ländern arbeitet das KMU mit zahlreichen Vertriebspartnern eng zusammen. Die Büchi AG beeindruckte die Jury durch eine glasklare Marktbearbeitungsstrategie. Dank einer konsequenten, abgestuften Organisationsentwicklung ist Büchi in der Lage, die nötigen Kompetenzen dann in den internationalen Zielmärkten bereitzustellen, wenn es für die Realisierung des Potenzials angezeigt ist.